So, und da bin ich wieder. Für alle, die jetzt die optionalen Videos nicht geguckt haben, ich bin eine dreiviertel Stunde rumgeehrt, nur um den Eingang zum Hotel zu finden. Und dabei war ich schon dort, aber irgendwie bin ich nicht reingekommen, vielleicht hätte ich erst die Tür ansprechen müssen oder so. Oder erst alle Tauben besiegen, damit ich dann durch die Tür laufen darf. So, und jetzt, wie komme ich in das Hotel? Und ach, Leute, das ist so schön. Sonne, Sonne, Sonne. Hier, das ist verbarrikadiert. Ich finde das irgendwie so schön. Da wäre die ganze Zeit nur dunkel rumgelaufen. Es sind also entweder was halt Nacht oder es war drinnen dunkel. Das sieht doch verdächtig aus, aber ich will hier hinten nochmal gucken. Vielleicht liegt ja eine Erinnerung hier. Die wollen wir ja weitestgehend nicht zurücklassen. Hallo, Katze. Katze bei Tageslicht. Noch eine Katze. Und keine Päckchen. Na gut, dann nicht. Oh, schöner Wald. Und Wind, der die Blätter verwegt. Ach, wenn das hier vielleicht nicht so schön rauskommt. Bei nicht so guter Aufnahmequalität. Und hinein. Oh, ist das schön. Hier ist schon Moos reingewachsen. Und, oh, Vorhänge und Wind. Und irgendwie habe ich jetzt gerade voll die Frühlingsgefühle. Keine Ahnung warum. Was ist das denn? Ähm. Das sieht irgendwie nicht so nett aus. Warum hat der Schatten Hörner? Ähm. Das gefällt mir irgendwie nicht. Na jetzt sowieso. Jetzt sind wir ja wieder ganz alleine. Ja, ich sag, wir sind alleine und dann kommt der Händler an gedackelt. Hast du neue Waffen? Nein. Gut, die Schleuder, aber die haben wir ja auch. Könntest du auch ruhig mal da bleiben für einen Plausch oder so? Ich meine, ich habe ein paar Dosen Thunfisch. Da könnten wir es uns doch... Nein, ich wollte doch speichern. Da könnten wir es uns doch, ähm... gemütlich machen und ein bisschen quatschen. Huch. Irgendwie habe ich jetzt... Irgendwie bin ich jetzt... Mit meinen Speicherständen bin ich gerade total konfus. Ich hoffe, ich mache das immer noch richtig. So. Da kommen wir nicht rein, ne? Die ist vermutlich außer Betrieb oder so. Knopf drücken ein. Zettokan keine Knöpfe drücken. Eingang zu einem Tempel könnte es sein. Ich muss schon wieder ein Suchspiel machen. Oh nein. Oh, oh, oh. Die sind so nervig. Wenn ich die mal nur dreimal treffen kann, dann verschwinden sie einfach. Was ist das? Ja, das war's. Hm, komm ich hier weiter? Oder versperren mir diese Bretter den Weg? Nein, ich komm hier weiter. Ich glaub nicht, dass ich meine Zeit verschwende. Hm. Hm. Wo bist du denn? Das ist einfach auch so eine komische Tosnella wie Rabe. Und ja, weil Rabe auch eine Tosnella war. Gibt es mir was hinterm Tresen? Gibt es mir was hinterm Tresen? Wo kann ich denn da überhaupt hin? Ja, kann ich. Gibt es hier was? Da ist ein Glühwürmchen. Und jetzt läuft das Objekt. Ich hab' da wohl wieder in der Erinnerung. Die Tür würde ich bestimmt nicht aufkriegen. Natürlich nicht. Es ist fest. Ich hab' da was. Ich hab' da was. Ich hab' da was. Du blöde Kuh. Ach, da tropft Wasser von der Decke. Büro. Büro. Hm. Nochmal ein riesen Daroma. Derselbe wie im Park. Ganz großes Kino. Kalender. Schade, dass die Texturen hier so wischiwaschi sind, sonst könnte man vielleicht auch mal... Da steht auch schon wieder der Ofen, wie aus dem Büro, wo wir PC gefunden haben. Ja, schade, dass die Texturen so wischiwaschi sind. Vielleicht könnte man sonst erkennen, welchem Jahr wir gerade sind. Beziehungsweise in welchem Jahr dann die Katastrophe stattgefunden hat. Dürfte ja doch schon ein ganzes Weichen her sein. Wie komm' ich nur darauf? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ach, eine Uhr, die nicht geht. Ne, hab ich nicht vor. Lass ich mich bewegen. Warte mal, ist das so ein kaputter Boden, wo ich vorsichtig drüber laufen muss? Was ist das denn? Cool. Damen, es lässt sich nicht bewegen. Es ist fest. Okay. Hat sich's ja dann voll gelohnt. Probieren wir's aber so nochmal. Nein. Ich darf nicht auf die Darmtoilette, wenn ich jetzt mal ganz dringend muss. Okay, da bin ich nicht eingebrochen. Komm' mal her, du Schnäpfe. Da liegt was. Jetzt läuft das Objekt. Doch, ich komm' jetzt aber hier rüber. Was würdest du dagegen machen? Ich hatte ja auch ganz vergessen, dass ich jetzt auf den Boden immer gucken muss wegen Einstützgefahr und sowas. Na, wo seid ihr? Ja. Ja. Nur zwei? Nein. Hätte mich auch gewundert. Wow, ich kann Geister mal am Tag bekämpfen. Ich... Oh. Liegt hier jemand etwa drunter? Oh mein Gott. Hm. Kleiner Kühlschrank. Eine... Wie... Wie... Was war das denn? Ich weiß nicht, wie hast du gehört? Oder hast du mir das grad eingebildet? Hallo? Hier, Schrank. Oder... Nein, hier ist Schrank. Oder... Nein, hier ist Schrank. Ist das wohl das... Na, dreh dich doch. Na, dreh dich doch. Guck mich nicht an. Das... Das macht mich... Das macht mich ganz nervös, wenn du mich anguckst. Okay. Ja, das hab' ich auch gemerkt. Danke, dass du mir das... Was? Das hört sich an wie weinen. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ah. Geh weg. Ich kann sie nur treffen, wenn... Mein Gott. Gott, ich hab' nur noch 180, ähm... Sollte vielleicht... Die macht aber auch Schaden, meine Herren. Ähm... Ah, ich hab' keinen Bombon dabei. Kann ich die nochmal raus? Gott sei Dank. Ich hab' ja ganz vergessen, dass ich, ähm... Äh... 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 Nehme ich lieber einen Thunfisch mit, oder so? Ja, ich glaub' ein Thunfisch ist ne gute Idee. Da. Wie groß ist... Oha, mega leck! Schlüssel zur Kapelle. Schlüssel zur Kapelle. Deine. Das war's für heute.